Optische Verwandlung symbolisiert Sarah Kulkas neues Leben. Sarah Kulka, 31, wagt den Neubeginn. Nachdem sich Fans Anfang des Jahres Sorgen um das Model machten, folgten Depressionsbeichte und die Einlieferung in eine psychiatrische Akutklinik. Nach der Entlassung startet sie die Depressionserkrankte nun einen neuen Anfang. Und was würde den besser markieren als eine neue Frisur? Vorher-nachher-Clip zeigt die neue Frisur des Ex-GNTM-Models, mit frisch geschnittenen Haaren und aufgehellter blonder Farbe auf dem Kopf tänzelt Heidi Klums, 48, ehemaliges Mädchen munter umher. In dem kurzen Clip, den Sarah via Social Media geteilt hat, wirkt sie sehr glücklich mit der Verwandlung, wuschelt die neue Mähne ordentlich durch und erfreut sich an ihrem neuen Ich. Sarah Kulka ist seelisch noch nicht geheilt. Zwar beginnt für die TV-Bekanntheit jetzt ein neuer Abschnitt, dass sie aber geheilt ist, heißt das noch lang nicht. Sarah leidet unter Depressionen und Panikattacken, aufgrund derer sie sich professionelle Hilfe suchte. Nach ihrer Entlassung ist die Krankheit jedoch nicht wie von Zauberhand weg. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals komplett geheilt werden kann, berichtete sie ihren Followern nach dem Verlassen der Klinik. Jedoch sagt sie auch, nach dem Aufenthalt nun endlich wieder Lebenswillen zu haben. Und darüber freuen sich sicherlich am meisten ihre Töchter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020